So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Novus und heute machen wir das, was ich letztes Mal ankündigt habe, das wird sich aber über zwei Folgen ziehen. Wir werden anderen Leuten etwas schenken und ich bin dafür auch schon auf dem Server und ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte ich Leuten schenken, was könnten die Leute gebrauchen. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, bei anderen in die Folge reinzuschauen, aber ich denke mir, was Leute immer gebrauchen können und ich check ganz kurz, ob das hier sich wieder auffüllt. Ja, sehr brav. Und Leute haben mir auch geschrieben, wie ich das hier beheben kann, wenn ich noch Zeit habe in der Folge, mache ich das auch direkt. Und zwar werden wir Induction Cells machen. Das ist nämlich das, was wir, glaube ich, am einfachsten machen können und wovon wir auch am meisten haben und was wir auch am besten herstellen können. Und wahrscheinlich sind wir da sogar die einzige Person, die das noch auto-craften kann und deswegen werden wir das machen. Zu dem Zeitpunkt muss ich jetzt natürlich schauen, wie viele Spieler es gibt, die noch aktiv spielen. Das bedeutet, ich gehe mal kurz die Liste hier durch. Ich weiß, dass Klim noch aktiv spielt. Sturmwaffel ist schon raus. Easy spielt aktiv, das sind dann zwei. Dann komme ich, das ist egal. Kunger ist raus. So, dann haben wir Spark. Spark ist drei. Dann haben wir Basti, vier. Debitor, fünf. Kev, sechs. Weißweiß, sieben. MCX-Pet, acht. Buddy ist neun. Porkchop Media, zehn. Dena, elf. Earlyboy, zwölf. Zinus, dreizehn. Mr. Moore ist auch schon draußen. Zander ist auch schon draußen. Revi ist auch schon draußen. Und Carscraft ist vierzehn. Okay, das heißt, wir müssen vierzehn von den Induction-Sales machen. Das können wir Auto-Craften. Das ist eigentlich kein Problem, denke ich. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt schon aufgeben will oder am Ende der Folge, weil die Sache ist, dass es sehr lange dauern wird. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob das so die beste Idee ist, ist das Teil. Und ich müsste eigentlich auch für jeden einen Provider bauen, damit er das wirklich benutzen kann, ist die Sache. Und ich glaube, dass ich das auch machen werde. So, gut, fangen wir mal an. Wir machen mal dreizehn von den Dingen hier, die sollen mal geauto-craftet werden, ja. Das Ganze braucht noch mehr Stil. Ich brauche tatsächlich mehr Gold dafür. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das heißt, wir können das gar nicht auto-craften. Denn das Problem ist, das kostet 17.000 Gold und wir haben nur 4.000. Ich meine, wir haben hier genug, aber das muss halt erstmal unten reinlaufen. Ich schaue mal, ob ich die RZ-Verfünffachung irgendwie manipulieren kann. Ansonsten haben wir natürlich jetzt verkackt. Da muss ich irgendwas anderes machen. Genauso wäre aber eine große ME-Zelle, wäre auch eine Idee. Also das könnte man auch machen. Und ich glaube, dafür habe ich sogar alles. Also hier unten ist gar kein Brine mehr, aber das Zeug hier läuft trotzdem auf Hochtouren, denke ich mal. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, was ist denn hier? Ist hier gar kein Gold drin? Hier ist tatsächlich gar kein Gold drinnen. Also doch, hier ist Gold drinnen, aber müsste man halt zuerst rankommen, das Gold. Das arme, arme Gold. So, pass auf, dann machen wir das einfach so. Wir tauschen das hier aus. Weil wenn wir das da austauschen, dann nimmt der als nächstes, wenn das hier leer ist, einfach Gold. Und das ist ja eine gute Sache, ja. Dann kriegen wir ein bisschen Gold raus. Die Frage ist halt, ob danach das Gold folgt oder ob halt mehr von dem anderen Zeug rein geht. Hm, ne, ne. Ein bisschen was haben wir da, also ein bisschen was soll da verfünffacht werden. Das heißt, eventuell haben wir das nächstes Mal und wir können das dann nochmal extra machen. Aber, ja. So wie es aussieht, schaffen wir das nicht so einfach. Und so wie es aussieht, habe ich bei dem Crafting-Rezept auch irgendwas verkackt, weil der halt nicht das Refined Iron nehmen will zum Craften. Was auch sehr blöd ist. Aber ich kann hier den Typen hier nachfüllen wieder. Und wir haben ja noch ein bisschen was übrig. Ich weiß gar nicht, wie viel Stil das dann jetzt ist. Schauen wir mal. Aber das können wir dann eh nachfüllen. Ich glaube, dann werde ich einfach eben eh Zellen machen. So, weil das hat Zinus schon einmal gemacht. Das kommt dann aber so vor, als würde ich ihn übertrumpfen wollen, oder? Wenn ich das mache. Aber das ist eigentlich mein Ziel. Ich will einfach nur den Leuten etwas geben. Oh, ja. Mal schauen, mal schauen. So. Und jetzt mal das ganze Stil. Ich weiß nicht, wie viel das dann in etwa ist. Ich glaube, Stil haben wir dann genug, um das zu craften, theoretisch. Ja, 4400. Das reicht auf jeden Fall. Dann mache ich mal ein paar Iron Blocks wieder. Machen wir mal 10 Stacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 10. Perfekt. Dann bräuchte ich eigentlich doppelt so viele Kohleblöcke, wenn ich richtig liege. Ich rauche mal kurz mein Inventar ein bisschen um auch. Das brauche ich alles nicht mehr. Da habe ich ja letztens mitgebaut. So. Und dann brauche ich genau die Kohleblöcke auch halt. So. Zack. Warte, wie viel Inventar Space habe ich hier noch frei gerade? Lass mich mal kurz nachschauen. So, das sind 10 Stacks. Das heißt, das hier sind auch nochmal 10. Und dann habe ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Und 8. Das heißt, 18 Stück haben wir dann da. Weiß nicht. Können wir ja mal machen. Und das tun wir dann auch wieder rein und legen wir das danach. Dann füllt sich das ein bisschen wieder auf. So. Und mir hat in die Kommentare und im Livestream haben mir Leute geschrieben, ich soll mir ein Floodgate bauen. Denn mit einem Floodgate kann ich das machen, was ich euch erzähle, was ich machen möchte. Nämlich das Wasser unten permanent ready halten bei den Heavy Water Pumpen. Und das werde ich denke ich mal auch gleich in der Folge heute machen, wenn wir dafür die Zeit haben. Also ich denke, dass wir das haben. Das werde ich aber zuerst bauen, bevor wir da drüben loslegen. Und das Floodgate ist ja auch, das haben wir schon mal im Mark verwendet. So, das hier ist das nämlich. Und dafür haben wir glaube ich eh auch alles. Das Iron Gear ist ja kein Problem. Ich meine es ist schon teuer. Wird manchmal knapp, das sich zu leisten so. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Also kann man es ja mal machen. Ich glaube wir haben alles dafür. Floodgate steht. Das ist jetzt wie ein Filler, nur halt mit Wasser. Ich weiß aber nicht genau mehr, wie man das einsetzt. Das hätte ich mir vielleicht anschauen sollen. Das ist das Problem. I don't know. Ich nehme mir aber ganz kurz mal, habe ich eine Ultimate Energy Dings da? Ne, habe ich nicht. Ich könnte mir einen Tesseract nehmen. Habe ich sogar noch einen. Warum habe ich jetzt eigentlich wieder einen Tesseract? Ich weiß es nicht. Egal, so. Ich schaue mal ganz kurz, was hier abgeht. Hier stort sich das Brine, okay. Das bedeutet, dass das Zeug hier eigentlich voll sein müsste. Ja. Es ist eh alles voll. Der Reaktor läuft immer noch auf Hochtouren. Betreibt die Quarry, wie er es noch nie zuvor getan hat. Und der hier ist auch immer noch voll. Die müsste ich eigentlich noch größer bauen, weil das ist halt... It's not enough energy yet. Wir brauchen mehr. Mehr Energie. So. Dann lass mich kurz schauen, ob oben alles läuft. Aber eigentlich dürfte der Reaktor nie ausgehen. Das ist halt das Ding. Er dürfte nie ausgehen. Okay. So, dann gehen wir nochmal hier runter. Weil hier unten ist es dann mit einem Floodgate. Bin immer überlegen, wie ich das stelle. Aber vielleicht funktioniert das so auch. Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Das Floodgate müsste dann ja im Prinzip... Warte mal. Einer von der hier ist Energie, ne? Der hier ist Energie, genau. So, das heißt, du hast jetzt Energie. Oh, der saugt sich jetzt voll mit Heavy Water. Das ist nicht so geil. Das weiß ich nicht. Voll mit Heavy Water sorgen. Hör auf damit. Ist es jetzt immer noch so drinnen? Ich weiß gar nicht mehr, wie man das einschaltet oder alles. Oh Gott. Ich habe viel zu lange nicht damit gearbeitet. Aber ich glaube, es läuft eher so. Pass auf. Jetzt habe ich mir das Floodgate mal gemacht. Dann habe ich es nämlich, wenn ich es brauche. Ich kann es mir dann anschauen. Wenn ich es brauche, ja. Aber bisher sieht es so aus, als ob es hier laufen würde. Also sprich, wenn es nicht mehr läuft, dann habe ich mein Floodgate. Das darf ich dann noch nicht vergessen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. So. Machen wir uns ans Crafting von dem Zeug, was ich den Leuten geben wollte. Okay. Sagen wir... Ich schaue mal ganz kurz in meine Patterns, was ich machen kann. Sagen wir... Wir machen denen irgendwann mal die Ultimate Induction Cells, ja. Dann brauchen wir dafür Gold. Gold kommt jetzt aber eh bald rein. Das heißt, darauf müssen wir eigentlich nur warten. Was anderes ist... Wir... Was haben wir noch zum Craften? Warte mal kurz schauen. Ich kann die 1024k Storage Components machen. Was brauche ich denn dafür? Glowstone, okay. Wo ist mein Digital Miner nochmal? Das hatte ich voll vergessen. Ihr habt mir das sicher in die Kommentare geschrieben, aber ich weiß es nicht mehr. Also ich habe nicht alle Kommentare gelesen. Okay, aber warte mal, was ich kurz machen kann. Ich kann kurz das Housing nehmen. So, dann nehme ich mir die 64k-Dinger. Ich habe nämlich letztens mal 64k-Dinger gecraftet. Was? Achso, da hat mir auch Glowstone gefehlt, oder? Hat mir Glowstone gefehlt? Habe ich nicht 10 Stück davon gemacht? Also ich und Cheater nehmen immer zur selben Zeit auf. Wir müssen mal eine Folge machen. Wir nehmen immer zur selben Zeit auf. So, starten wir dann das mal. Weil das ist ja echt zu wissen. Die einzigen Leute, die um diese Uhrzeit auf dem Server sind. Immer. Aber immer. Okay. Lass mich überlegen. Ich brauche jetzt Glowstone. Mein Digital Miner ist irgendwo. Wo habe ich... Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ihr habt mir das sicher in die Kommentare gestellt. Aber ich habe natürlich nicht nachgeschaut, weil ich ein Retard bin. Aber wo könnte ich den denn platziert haben? Hier oben habe ich den sicher nicht verwendet. Für was habe ich den das letzte Mal verwendet, ist die Frage. Habe ich den im Deep Dark? Da war die Quarry. Habe ich den irgendwo anders aufgestellt? Ich habe mit dem Erze abgebaut. Wo ist denn der Digital Miner? Ich muss doch voll blöd sein, dass ich das nicht mehr weiß. Ich verliere ihn einfach. Versteht ihr? Ich verliere einfach meinen Digital Miner. Was bin ich für ein Mensch? Andere Leute haben nicht mal einen. Ich verliere ihn einfach. Okay. Ich baue einfach einen neuen. What the fuck ist los mit mir? So. Ich glaube, ich habe eh fast alles dafür. So. Den Robit muss ich halt bauen. Oh. Habe ich Refund Obsidian Ingot? Nein, habe ich nicht. Okay. Das heißt, das Refund Obsidian Ingot muss ich nicht bauen. Muss ich craften. Da brauche ich Refund Obsidian Dust. Habe ich das? Ja, habe ich. Okay, sehr gut. Dann nehmen wir kurz mal sechs Stück davon oder so. Und dann brauche ich den Osmium. Oder wie heißt das Teil nochmal? Das hier ist es hier, oder? Osmium Compressor, genau. So, dann machen wir den kurz hier hin. Temporär. Und unten muss Osmium ran, ne? Wenn ich richtig liege. Ah, dem wird auch die Energie nicht reichen. Ich muss das wahrscheinlich umstellen. Oder ich nehme den Tesseract, den ich gerade genommen habe und stelle das einfach daneben hin. Ah, nein. Irgendwas. See-Foundly. Juhu. Es läuft. Okay. So, ich weiß nicht, ob genug Osmium drin ist. Machen wir aber mal den ganzen Stack-Randrest nehmen wir dann raus. Easy. So. Lass mich schauen, was ich noch brauche für den Digital Miner. Ist natürlich immer so beta, was ich denn da anstelle jetzt. Also, das kriegen wir aber diese Folge noch hin, dass das geauto-craftet wird. So, den Teleportation Core. Zwei Stück davon. Atomic Alloys dürfte ich noch genug haben. Steel Casing. Machen wir auch mal eins. Ich glaube, ich habe aber noch welche. So, die Logistical Zorter. Da brauche ich Pistons für. Ups, das ist falsch. So, Piston. Eins, zwei, drei, vier machen wir mal. Zack. Zwei davon jetzt. Dann das Teil hier. Da brauche ich genau das andere. Die Atomic Alloys habe ich und den Circuit habe ich glaube ich auch. Okay, dann haben wir alles. Brauche ich nur noch die Dinger hier. So, Digital Miner. Das Zeug. Oh, was fehlt da unten? Electrical Chest, ne? Electric Chest, so. Haben wir auch, kein Problem. Müssen wir das rausnehmen wahrscheinlich, weil er das nicht sich von selbst nehmen kann. So. Perfekt, Digital Miner, der zweite. Das muss ich auch natürlich Upgrades machen, weil die habe ich jetzt auch nicht mehr. Mann. Was ist denn los mit mir? So, machen wir kurz. Zack. Zack. So. Perfekt. Dann können wir den schon wieder betanken. Dich nehmen wir dann weg und ich auch. Jetzt ist das Ding noch da drinnen, ne? Das ist aus mir. Aber das passt dir jetzt schon. Okay. So, dann haben wir alles für den Miner. Glowstone als Filter brauche ich noch mit. Ah, ich habe den ganzen Glowstone gechiselt. Deswegen ist der auch so, ne? Ah. Aber dann halte ich mit dem zum Bauen auf und alles was ich jetzt abbaue, das ist dann für mich der Bonus Glowstone, den ich verwenden kann. Ich muss sowieso einen Weg finden, wie ich den Endgültig abbauen kann. Ich glaube, da stelle ich einfach eine Quarry auf im Nether, die richtig groß abbaut. Also genauso wie meine jetzige Quarry. Aber halt einfach nur Glowstone mitnimmt. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. So, ich fliege jetzt einfach mal ein bisschen in die Richtung hier. Und dann schauen wir kurz, ob wir hier irgendwo ein bisschen Glowstone finden. Was ist denn los mit der Welt? Oh mein Gott. Was geht hier ab? Warte mal, ich kann meine Render Distanz aber höher stellen. Die bin ich voll niedrig. Weil ich glaube, dass meine FPS-Legs daran liegen, aber tun sie, glaube ich, nicht. Also kann ich die wieder hochstellen eigentlich. Das liegt dann aber an meinem Grundstück so. Hier hat irgendwas eine Pumpe aufgestellt. Leute haben geschrieben, dass das Tim ist. Sieht mir auch so aus. Der macht in jedem Projekt seine Lava-Energie. Good old school Dynamo-Dings da Zeugs. Oh nein, das sind solche Explosions-Plater-Mäutze. Da ist ein Portal. Ich fliege mal ein Stückchen weiter. Ich wette genau irgendwo... Ich finde jetzt meinen Digital Miner wieder, ich schwöre. Das wäre so lustig. Stellt euch vor, ich fliege jetzt rum und auf einmal steht da mein Digital Miner irgendwo rum. Aber ich wüsste nicht mal, was Miner ist. Deswegen würde ich ihn gar nicht mitnehmen, glaube ich. Ei, ei, ei. So, ich glaube, hier kommen wir jetzt langsam in ein verlasseneres Gebiet. Die Sache ist halt, jeder Mensch hat den Glowstone natürlich mitgenommen, weil das echt eine wertvolle Ressource ist. Also, ja, ja genau. So. Dann stellen wir den mal ganz kurz da auf. Dann machen wir hier rein in die Config. 32. Minimum 0. 255. Zack. New Filter. Item Stack. Glowstone rein. Save. Zurück. Dann kriegst du hier ganz kurz deine Speed Upgrades. Dann will ich nochmal ganz kurz schauen, was hast du. Das Leak Touch musst du auch noch anhaben, damit du das sicher teilen kannst. Und dann sollte das schon passen. Alright. Die Dinge landen dann eh hier drinnen. Das ist eh richtig. So, die Upgrades laufen rein. Dann pumpe ich dich noch mit Energie voll jetzt. Und dann tesseract einfach hier da vorne hin. So, perfekt. So, Speed Upgrades sind drinnen. Machen wir noch Energy Upgrades rein. Dann kannst du eigentlich schon mal anfangen zu arbeiten. Let's go. 106 Stück baut der ab. Perfekt. Ich habe mein Portal bei dem Double Blaze. Aber der ist eh nicht mehr wichtig eigentlich, weil ich den nicht brauche. Also stelle ich das eigentlich hier um. Ich frage mich nur, welches ist beim Double Blaze. Das Blaue ist beim Double Blaze, glaube ich. Ich glaube, das Blaue ist beim Double Blaze. Habe ich hier meinen Waypoint noch eigentlich für den Double Blaze? Ja, habe ich noch. Dann finde ich mein... Vielleicht ist dort die Quarry nämlich. Der Digital Miner. Schauen wir mal. So, baut der hier. Braucht den Glowstone ab. Wenn wir die Quelle abgebaut haben, dann reicht das eigentlich schon. Aus, um zurückzugehen und zu sagen. Yo, jetzt kann ich das Auto craften, glaube ich. Weil ich... Nein, obwohl eine braucht 32. Ich weiß gar nicht. Was hast du denn für einen Effekt? Ist das hier unter dem Pilz? Habe ich das jetzt auch? Was hat der denn für einen Effekt? Das ist Lila. Lila kenne ich nicht. Der überlebt das einfach. Man checkt doch gar nicht, dass ich das war. Der gute alte Zombie Pigment. Denkt immer das Beste von den Leuten. Und dann passiert sowas. Eigentlich will er nur kuscheln. Ich glaube, ich stelle noch einen zweiten Miner auf den zur Sicherheit. Einfach damit wir ein bisschen mehr Glowstone haben als Backup. Ich weiß halt nicht, ob es reicht. Das ist halt die Frage. Hier unten wäre noch Glowstone. Hier ist auch noch was. Oh, warte mal ist da vorne viel. Na ja. Geht, geht. Ich sollte mir irgendwas suchen, wo möglichst viel Glowstone auf einmal ist. Also da oben ist einiges noch. Und da hinten sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, da gehe ich dann irgendwo. So, bist du fertig. 33 Stück noch. Jetzt lasse ich dich noch kurz abbauen. Und dann bringen wir das hinter uns. Ja, ich werde dann glaube ich mal vielleicht die nächsten Tage irgendwann mit dem Cheat-Time aufnehmen. Ich muss sowieso ein bisschen vorproduzieren. Also am Samstag stream ich ja Novus. Das habt ihr sicher schon gesehen im Streamplan. Wenn nicht, am Samstag stream ich Novus. Und zwar am Abend, drei Stunden. Und ich bin ja am Sonntag dann, wegen dieser Netflix-Sache, das war ja gestern im Video, wegen Narcos, bin ich dann in Berlin und da wird von dort live gestreamt. Das heißt, ich bin am Sonntag nicht zu Hause, den ganzen Tag. Das heißt, ich muss für Sonntag vorproduzieren. Und am Montag komme ich um sieben Uhr morgen in Wien an oder sowas. Um acht Uhr morgens oder so. Deswegen würde ich halt sagen, okay, machen wir es mal lieber so, dass ich für Montag auch vorproduzieren. Das heißt, ich nehme dann am Samstag noch zwei Folgen Novus auf, wahrscheinlich. Und mir wäre es lieb, wenn ich heute bis Samstag aufnehmen kann. Heute ist Donnerstag für mich. Also, mal schauen, wie das abläuft. So, der ist fertig. Den Glowstone lasse ich ihm noch drinnen mal. Dann fliegen wir kurz nach da vorne. Da oben ist nämlich noch eine große Quelle Glowstone. Dann soll er das noch mitnehmen, bitte schön. So. Start. So, ganz schön laufen, Kollege, keine Angst. Alles gut, ich nehme dir nichts weg. Da hinten ist noch eine kleine Quelle. Da ist noch ein bisschen mehr. Aber ich weiß nicht, ob das schon reicht, was wir da jetzt haben. Ich meine, ich habe noch Zeit in der Folge. Dann theoretisch könnte ich noch ein bisschen was abbauen lassen. Ich würde mir halt wünschen, dass die ein bisschen schneller abbauen. Ich meine, der hat alle Speed Upgrades. Der kann ja ruhig ein bisschen schneller abbauen, finde ich. Der ist so langsam, verstehe ich gar nicht. Das ist aber auch nicht alles. Nein, der baut hier unten auch irgendwo ab, oder? Oder hat er schon abgebaut? I don't know. Ah, will hoch. So. Ich nehme das Ganze mal ganz entspannt jetzt an mit Novos hier. Dann muss jetzt kein Druck mehr sein, dass wir irgendwas der erste oder der beste sind oder sowas. Ich würde halt gerne noch auf den Mond fliegen mal oder irgendwas anderes machen. Aber meine Base ist eigentlich fertig soweit. Und die will ich halt jetzt ausbauen noch. Und dann ein bisschen Spaß mit anderen noch haben. Und dann mal schauen, wie sich das Projekt noch entwickelt. Es wird erfolge Projekte geben, also keine Sorge, Leute. Wenn Novos endet, es wird neue Projekte geben. Ich spreche es nur schon mal an. Es ist noch nicht da, dass es enden sollte. Aber ich kann mir vorstellen, ich mache es noch eine Zeit lang. Mal schauen. Aber es kann sein, dass es parallel dazu andere Projekte gibt. Das will ich dann wieder sagen. So. 153 Klostern nochmal. Das ist eine gute Stelle. Man sieht das meistens gar nicht mal, ne? Weil wo ist denn hier so viel Klostern? Ah, hier unten, ne? Hier unten ist noch eine gute Quelle. Eine gute Quelle ist hier unten. Ja, ja. Ich glaube, ich stelle mir dann hier direkt mal ein Portal hin. Weil dann kann ich jederzeit wieder hierher kommen. So, machen wir das hier. Weil hier gibt es noch mehr Klostern. Und hier haben wir unsere Ruhe. Dann können wir dann in Ruhe Klostern abbauen lassen, falls wir das noch brauchen. Was wir sicher brauchen werden. Das dauert ja nur eine Zeit lang, bis wir das endlich haben. Ja, dann gehen wir jetzt gleich zurück in die Base und lassen das Zeug dann Auto-Craften. Ich hoffe halt, dass ich damit jetzt genug geclosed und habe für meine Vorhaben. Ich lasse den meiner dann aber, glaube ich, hier stehen. Obwohl, ich habe keinen, ich habe keinen Menschen-Ellenka mit. Den habe ich wahrscheinlich auch verloren. Ja, kompensieren. Ich weiß nicht. So. Aber die warte ich noch ab. Weil, wenn ich halt 32 für 10 brauche, wenn ich 32 für 10 brauche, für eine 1024 Karte, dann kann ich jetzt schon 8 Stück machen. 9 Stück wahrscheinlich am Ende oder 10 Stück oder so. Und dann bin ich eigentlich hier ganz gut dabei. So, da kann ich mich nicht beschweren. 10 Stück ist dann schon ganz okay. Und da drüben kann ich den noch abbauen lassen dann. Ja, okay. Das heißt, ich warte es noch ganz kurz ab. 10 Stück ist halt nicht das Optimum, aber dann kann ich das nächste Mal fertig machen. Macht ja auch nichts. Die andere Folge werde ich dann wahrscheinlich auch heute noch aufnehmen. Und ja, ich werde auch, na wohl, ich kündige lieber nichts mal an. Ich kündige lieber nichts an. Es kann sein, dass sich ein paar Sachen auf dem Kanal ändern in Zukunft. Weil, speziell sind wir mal ehrlich so, ich kann mit euch da denke ich drüber reden. Die Klicks bei Novos gehen immer weiter runter. Und ich werde es trotzdem weitermachen, weil ich super Spaß schon habe. Und es einen Großteil an Leuten gibt, der das feiert. Und vor allem, es ist ein sehr ruhiges Projekt. Und es zieht die Community an, die ich gerne bei mir auf dem Kanal habe. Aber halt nicht nur. Und ja, eventuell mache ich da ein paar andere Sachen jetzt noch in den nächsten Tagen, Wochen. Also nicht wundern, falls das passiert. So, ich lasse mein Miner mal hier. Ich hoffe, dass den keiner klaut. Mal schauen. So. Jetzt komme ich hier raus, genau. Gut, ich wollte aber sowieso mit dem Teleporter zurückgehen, weil es ist so blöd, dass ich es gemacht habe. Cool. Das ist Tag. Muss ich mir keine Sorgen, wie ein Creeper machen. Cheat-Time geht schon wieder. Ich bleibe noch ein bisschen. Ganz kurz noch. So, und zwar, zack, Klostern hier rein. Dann machen wir jetzt die 1024k-Ding. Hier. So, 13 Stück, haben wir gesagt, machen wir dann, ne? So, Klostern habe ich jetzt, fehlt mir jetzt 100, ein bisschen mehr als 100. Ich brauche noch mehr Sand. Okay, gut. Also, ich kann nicht alle machen davon. Ich kann aber irgendwie so 8 oder sowas machen, glaube ich. 1024k. Schauen wir mal, wie viel ich machen kann. Schauen wir mal, dass ich 8 mache. Für 8 fehlt auch noch der Sand. Das ist natürlich blöd. Aber ich kann Kobbelstum zu Sand machen. Das könnte ich noch in der Folge machen. Warte mal. Pulverizer brauche ich dafür, ne? Ja, genau. Pulverizer. Habe ich sogar noch einen. So, und dann brauche ich einen ME-Export-Bass. Dann lasse ich das nämlich, dann mache ich das noch kurz in der Folge fertig. Dann brauche ich eine Acceleration. Obwohl, Acceleration-Card brauche ich wahrscheinlich nicht. Obwohl, eine nehme ich mal. Dann brauche ich, ähm, Universal-Cable. So. Dann brauche ich einen Export-Bass. Wobei, ich kann das alles über den einen Import-Bass laufen lassen. Also brauche ich das gar nicht. So, machen wir es mit dem Export-Bass. Dann, ähm, brauche ich Capacity-Card. Ne, brauche ich nicht. So, es soll der Sand raus werden. Ähm, das heißt, der Sand wird dann später zurückgezogen. Das ist dann extra to do. Äh, lass mich kurz überlegen. Ich brauche jetzt, ähm, mhm, 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 mhm. Der Sand geht in, das Kobbel geht in den Pulverizer und wird zu Sand, ne? Ist das richtig? Ich glaube, Kobbel-Pulverizer ist gleich Sand. Wo ist er denn? Pulverizer, Kobbel wird zu Sand, genau. Kobbel wird zu Sand, perfekt. Ja, das heißt, das war es eigentlich schon. Mehr brauche ich gar nicht. Okay. Damit kann ich leben. Dann gehen wir kurz hier runter, machen das hier unten direkt. Ein Item-Conduit hätte ich gebraucht, ne? Stimmt. Ups. Okay, so, dann stellen wir den einfach mal, äh, hier hin. Oder eins höher vielleicht sogar. Im Prinzip ist es egal. Oder ich stelle ihn direkt da dran. Pass auf, ich stelle ihn direkt hier dran. So, dann machen wir hier den Export-Bus hin. Da darf halt nur Sand rauskommen. Das müssen wir jetzt gleich einstellen. Stimmt, da hätte ich den Sand noch mitnehmen müssen. Äh, nicht Sand, Kobbel. Kobbel natürlich. So, jetzt machen wir unseren ganzen Kobbel zu Sand. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir werden es sehen. So, ups. Ich muss dann hier ran. Eigentlich müsste das schon reichen, dass er den rausnimmt, ne? Ah, ich muss auch die Dings umkonfigurieren, natürlich. So. Und zwar ist hier der Input. Und nach oben ist der Output von beiden. So, und hier oben. Dann mache ich das kurz so, dass ich hier die Energie runterziehe. Nach hinten am besten. So. Und nach oben ist der Output. Das heißt, wir legen das dann einfach da hinüber rein. Das heißt, ich brauche noch, whoop. Ähm, Item Conduit. So. Da muss ich aber nichts mehr filtern. Und ich nehme einfach zwei Stück mit davon. So. Extract, always active. Und das muss natürlich blau sein. Weil blau ist alles, was rausgeht. Okay. Und es läuft schon. Das war's. Jetzt müssen wir dasselbe eigentlich noch mit Glas machen. Ähm. Ich habe, glaube ich, sogar noch eine... Nein, nicht Alois Melter. Basic Smelting Factory, genau. Und da muss eigentlich das Gleiche dann auch noch passieren. Aber ich will nicht den ganzen Sand zu Glas machen, ist das Problem. Dafür habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Deswegen mache ich erstmal zuerst den Sand. Und dann machen wir das extra nochmal. Wobei ich könnte, was ich machen könnte, warte mal. Ich habe eine Idee. So. Einmal Infall. Basic Smelting Factory. Äh, nicht Purifying. Smelting Factory. So. Und dann nehmen wir, ähm... Item Conduit. So. Und einen Hopper. Und eine Chest. Also eine Ding weg. Ups. Und Diamond Chest. So, dann gehen wir einfach hier wieder runter. Pass auf, dann bauen wir das hier nämlich kurz auf. Und zwar kommt das dann einfach hier dran. So. Da muss das auf Extract sein. Always Active. Und auf Blau natürlich. Energie hat der Kollege jetzt. Auto Sort machen wir an. Auto Eject ist auch an. Ich frage mich nur gerade, ob der Upgrades hat. 8 von 8. 8 von 8. Perfekt, ja. So. Und wenn wir dann hier den Hopper oben drauf machen. Oder halt einfach hier auf die Seite. I don't know. Und dann hier die Kiste hin. Und dann hier den Sand rein. Dann wird der ganze Sand zu Glas. Oder? Der Input stimmt noch nicht ganz. Warte mal. Auf der linken Seite muss der Input sein. Input. Und rechts ist dann der Output. Perfekt. Läuft. Mehr als den Sand brauchen wir eh nicht als Glas. Ich nehme noch den restlichen glaube ich noch ran. Weil ich kriege jetzt sowieso noch dann 12.000 Sand raus. Schnell nach unten. Die Folge wird ein bisschen länger als erwartet. Aber das ist okay. Und ich logge mich aus an der Stelle. Pam. Danke fürs Zuschauen. Ich habe nicht geauto-crafted glaube ich. Aber das ist egal. Ich lasse es erstmal so laufen. Und ich mache das dann nächstes Mal. Muss noch mehr Glowsons sowieso auch beschaffen. Wir schaffen es aber in den nächsten Folgen. Da bin ich zuversichtlich. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ist doch gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Novos. Und denkt dran am Samstag ist der Livestream. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.